Zcash in 60 Sekunden. Zcash gehört zu den Kryptowährungen, ist also ein Zahlungsmittel, mit dem ihr online einkaufen und bezahlen könnt. Die übliche Abkürzung für Zcash ist ZEC und Zcash gibt es seit dem Jahr 2016. Was ist das Besondere an Zcash? Zcash ging aus dem Zero-Coin-Projekt hervor. Es hat einen stärkeren Fokus auf Anonymität, als es Bitcoin zum Beispiel hat. Und man kann bei Zcash entscheiden, ob man Transaktionen selektiv offenlegen möchte. Das macht es tatsächlich interessant für den professionellen Einsatz, weil man dann eben zum Beispiel dem Finanzamt seine Daten zuschicken könnte. Von Zcash sind 21 Millionen Einheiten vorgesehen, die durchschnittliche Blockzeit sind zweieinhalb Minuten und der Hashing-Algorithmus heißt IckyHash. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite unter z.cash oder bei Twitter und Reddit. Das war Zcash in 60 Sekunden. Die Präsentation findet ihr wie immer unten in der Video-Überschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, damit ihr keines der nachvollen Videos verpasst. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao!